24 Stunden, das was wir heute haben. 168 Stunden hat eine Woche, 720 Stunden hat ein Monat, 8.760 Stunden ein Jahr und in fast 600.000 Stunden sind 70 Jahre vorüber. Warum wir es einfach machen sollten? Warum solltest du jetzt deinen Traum leben? Warum solltest du dafür kämpfen? Warum solltest du dafür arbeiten? Warum solltest du jetzt deine Komfortzone verlassen? Warum solltest du deinen Zweifeln jetzt gegenüber treten? Warum solltest du deinen Schmerz jetzt besiegen? Kannst du das? Keine Ahnung. Mach es einfach. Wir haben so viel Potenzial, so viel Kraft und so viele Träume in uns und doch haben wir so wenig Zeit. Also warum sollten wir es einfach machen? Frag einfach all diejenigen, die es nicht mehr geschafft haben, all ihr Potenzial zu leben, die wir den Ort genommen haben, an dem es keinen Zurück mehr gibt. Also lebe jetzt. Tanze jetzt. Kämpfe jetzt. Bewege dich jetzt. Schreibe jetzt. Schreie jetzt. Denn in 24 Stunden ist ein Tag vorüber. 720 Stunden hat einen Monat. 8.760 Stunden hat ein Jahr. Doch am Ende gehört uns in dieser eine Moment. Ein Leben ist schnell vorüber. Doch dieses Leben gehört dir. Mach es einfach. ein Leben ist schnell vorüber. Aber das ist ein Leben. Untertitelung des ZDF, 2020